Ich wollte auch in der Galerie Ilka anfangen als Künstler. Ah, weiß auch nichts. 10.000 Euro Monatslohn oder sowas. Da ist da nichts draus geworden. Ja, ich probiere gerade ein Ei, also ich hau da Papier ins Wasser und versuche das dann zu formen. Aber es soll ja rein weiß werden, weil ich habe es zuerst versucht mit einem 3D-Druck, aber das geht nicht ganz. Ja, rein weiß natürlich wie die Unsulden. Es geht natürlich anders auch, aber ich finde das nicht so professionell für diese Aktion. Ja, schauen wir mal.